Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Linux Windows und Mac-Hilfe und das ist eigentlich nur ein kurzes Informationsvideo an euch und zwar, wie einige vom Livestream bereits wissen, habe ich ja meinen Twitter-Account, den ich damals, also was heißt damals, vor einem Jahr angelegt habe, den habe ich jetzt ein bisschen umgekrempelt, weil wenn ich jetzt mal gucke, Linux Windows Mac-Hilfe, dann haben wir noch hier einen, das war der ursprüngliche Kanal quasi von, also quasi der ursprüngliche Twitter-Kanal und ich habe dann einen Zweitkanal gemacht, weil ich nicht mehr, wie gesagt, die E-Mail-Adresse von dem Konto hier besitze, ich habe nur das Passwort besessen, aber das weiß ich nicht mehr und ich kann es auch nicht mehr zurücksetzen, weil derjenige, der das eingerichtet hat, mit dem habe ich mich zerstritten und deswegen weiß ich die Daten, also, beziehungsweise ich weiß noch nicht, ob Twitter mir die Vollmacht jetzt dafür gibt, weil sie können ja auch sagen, ja, das stimmt so nicht und so weiter, deswegen, deswegen habe ich mir jetzt einen zweiten Account gemacht, wie gesagt, den hier adden, klicke ich mal drauf, so sieht er aus, habe auch schon ein bisschen was geschrieben, weil ich einfach dachte, komm, tue ich gerade nochmal ein bisschen Content reinhauen, wenn schon, denn schon, weil ansonsten sieht es auch ein bisschen leer aus, und, ja, vielleicht könnt ihr mir noch so ein paar Tipps, 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 Tricks geben, was Twitter angeht, weil ich bin da relativ neu und ich weiß noch nicht so genau, wirklich hundertprozentig alles, wie, was, wo, aber eben, deswegen bin ich natürlich auch um jedes Feedback von euch da draußen natürlich sehr, sehr dankbar auch, wenn ihr mir da irgendwie Feedback geben könntet oder sagen könntet, schau mal, das würde ich jetzt anders machen und so bei Twitter, weil das ist für mich komplett jetzt Neuland, also, ich habe das Ganze jetzt hier nur noch die Schnelle hier gemacht und deswegen, vielleicht kann man ja einfach euch gerne mal da draußen sagen, vielleicht kann ich ja noch irgendwas optimieren, ich sage schon mal danke recht herzlich, tschüss und bis zum nächsten Video, tschüss!